Kleine Ziege vom Bauernhof und du brauchst nur so eine Maschine. Und das ist gerade richtig unpassend. Ich komme raus, auch einmal flicke hier dauernd Sachen um sich herum. Wenn du nebenbei gerade den Stream offen hast, guck einfach mal rein. Ich habe es jetzt gerade nach außen geschalten. Boah, Käferdachs, die kannst du dich mal entscheiden, wo du hin willst. So, jetzt stehen noch zwei, dann haben wir die vier Bremer Stadtmusikanten. Nur dann muss es umbelandet werden, in der febrigen Woche, äh, Siegen oder sowas. Ja. Immer geradeaus. Au. Boah. Ja, zieh gut weiter, ich hab nur gerade, äh... Ja, allo Mensch, du weißt doch, dass hier Menschen fahren. Au. Au. Au, 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 au. Ja, was denn jetzt los? Bei mir reicht, äh... Irgendwann fischt man da durch und irgendwann bis zu 20,50 Meter. Hm, wir haben schon mal wieder einen Brum. Ich auch immer über die Leute oder was heißt immer, aber zum größten Teil, äh, ja, ich muss mich jetzt hinter den Borkenkäpertaxi hier. Ey, ist das, ist das euer Ernst? Lasst, äh, lasst uns Arzt, wir sind durch. Das ist ja auch das Ziel, eine Ehefrau zu, äh, suchen. Ach, schauen wir, wie eine Frau ist. Ich hab hier keine Lust mehr, hier drin. Bitte links halten. Genau, so kannst du stehen lassen. Ich will doch weiterhin ne große Ziele sein. Die Ziele sein. Untertitelung des ZDF, 2020